Hey, heute möchte ich euch gerne drei ganz einfache und coole DIY-Deko-Ideen zeigen. Bleibt aber definitiv bis zum Schluss dran, weil dann kommt eine riesengroße, fette Verlosung, die etwas mit GZSZ und einem Treffen mit mir in Berlin zu tun hat, die ihr gewinnen könnt. Bleibt wie gesagt bis zum Schluss dran, weil dann werdet ihr mehr erfahren. Und noch eine Info, auf dem Kanal von der lieben Kati, also TheBeautyToGo, kommt heute auch ein DIY-Deko-Ideen-Video von mir. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, damit ihr da auch noch vorbeischaut und auch gerne noch einen Kommentar schreibt und wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach oben gebt. Und jetzt geht's aber erstmal los mit meinem Video. Für Deko-Ideen-Nummer 1 brauchen wir Einmachgläser, Moos, Blumen und ein schönes Band. Und da fangen wir erstmal an, uns das Glas zu nehmen und das ungefähr bis zur Hälfte mit Moos zu füllen, dass es ungefähr so aussieht. Und danach nehme ich mir die Blumen und stecke sie oben rein. Ich finde es ganz schön, wenn sie noch ein bisschen oben drüber gucken. Und dann nehmen wir uns das schöne Band und wickeln das entweder oberhalb oder in der Mitte irgendwo drum und machen eine Schleife rein. Und dann sieht das ungefähr so aus. Ich habe auch schon versucht, das mal mit Glühbirnen zu machen, aber versuche das bloß nicht, weil die platzen einfach. Und deswegen habe ich es mal mit Einmachgläsern versucht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und für die nächste Deko-Idee brauchen wir eine Leinwand, eine Sprühfarbe, Äste und eine Zange. Und die nehmen wir jetzt erstmal dafür, um die Äste in gewünschte Stückchen zu bringen. Die sollen dann ungefähr so eine Herzform ergeben. Und das kleben wir dann einfach auf die Leinwand, wenn wir sie besprüht haben. Und das Ganze sieht dann so aus. Die letzte Deko-Idee ist auch sehr, sehr einfach. Da nehmen wir uns einfach Dosen und verformen die ein bisschen. Und dann sprühen wir die in gewünschten Farben an. Ich habe hier jetzt weiß und grau genommen. Und dann muss das Ganze nur noch trocknen und sieht dann zum Schluss so aus. Da kann man dann einfach schöne Blumen reinstecken und das einfach als Blumenvase verwenden. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann legt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Jetzt aber zu dem Teil, den wahrscheinlich die meisten von euch interessieren. Und zwar wird RTL am 18. Mai die 6000. GZSZ-Folge ausstrahlen. Und deshalb wird am 12. Mai ein exklusives Event in Berlin dazu stattfinden. Und hier kommt ihr ins Spiel. Und zwar verlose ich euch ein Ticket. Das heißt, einer von euch kann teilnehmen und mich dort treffen. Das heißt, wir werden dann da eine schöne Zeit zusammen verbringen. Ihr dürft natürlich eine Begleitperson mitnehmen. Die Reisekosten werden alle übernommen. Und was genau an dem Tag passieren wird, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Die Teilnahmebedingung ist, dass ihr 18 Jahre alt sein müsst. Und die Verlosung wird nicht hier auf YouTube, sondern auf Instagram stattfinden. Das heißt, ihr müsstet auf meine Instagram-Seite rubylovescandy gehen. Und da habe ich dann ein Bild hochgeladen. Wahrscheinlich mit dem gleichen Oberteil und dem gleichen Hintergrund. Und da könnt ihr dann drunter schreiben, warum ihr gewinnen solltet. Das ist mit das Wichtigste, denn der beste Kommentar wird gewinnen. Außerdem müsstet ihr dem Bild ein Like geben und natürlich ein Follower von mir sein. Genau, und wenn ihr all das berücksichtigen würdet und einen richtig tollen Kommentar schreibt, warum ihr denn gewinnen solltet, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege. Und ich freue mich natürlich, einen von euch an dem Tag zu treffen. Also, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss!